Moin Moin. Ich begrüße dich herzlich zu meinem YouTube-Kanal Mathe ist chillig. Es freut mich, dass du dir ein Video von mir anschaust. Das Thema des Videos lautet Vervielfachen von Winkeln. Es ist Video 4 der Reihe zum Thema Winkel bzw. Winkeleinheiten. Suchst du hierzu das Aufgabenblatt? Dann siehe bitte in die Videobeschreibung. Dort findest du einen Link, der dich zu meiner Homepage führt, wo du dir kostenlos das Aufgabenblatt herunterladen kannst. Aufgabe. Gegeben sind zwei Winkel, die vervielfacht werden sollen. Berechne die Winkel. Aufgabenteil A 12 Grad 44 Minuten 23 Sekunden mal 3. Aufgabenteil B 23 Grad 37 Minuten 56 Sekunden mal 7. In Aufgabenteil A soll man 12 Grad 44 Minuten 23 Sekunden mal 3 nehmen. Ich habe hier mal den Winkel gezeichnet. 12 Grad 44 Minuten 23 Sekunden. Wenn man den mal 3 nimmt, dann verdreifacht sich der Winkel. Das heißt, ich habe diesen Winkel dann. Ja, und diesen Winkel, den wollen wir jetzt berechnen. Dafür habe ich hier nochmal hingeschrieben. 12 Grad 44 Minuten 23 Sekunden mal 3. Und habe darunter 1, 2, 3, 4 Zeilen gezeichnet. Mit jeweils drei Zellen. In die zweite Zeile werde ich die Gemerkten eintragen. In die dritte Zeile schreibe ich die Summe von Zeile 2 und Zeile 3 rein. Und hier unten steht dann nachher das Endergebnis. Ebenso werde ich hier eine Nebenrechnung hinschreiben. Diese Nebenrechnung braucht derjenige, der fit im Rechnen ist natürlich nicht zu machen. Aber zum besseren Verständnis werde ich sie dort hinschreiben. Beginnen wir nun. Zuerst rechne ich 3 mal 23 Sekunden. 3 mal 23 sind 69 Sekunden. Im nächsten Schritt gehe ich jetzt hin und nehme die 69 Sekunden und überlege mir, wie viele Sekunden und Minuten sind das denn? Ja, da 60 Sekunden eine Minute ist, kann ich also das nochmal zerlegen, wenn ich möchte. In 60 Sekunden plus 9 Sekunden. Ja, 60 Sekunden sind ja eine Minute. Also kann ich jetzt dafür schreiben, das ist gleich eine Minute plus 9 Sekunden. Ja, diese eine Minute, die schreibe ich mir jetzt hier bei Gemerkten. Da, Gemerkte. Und die 9 Sekunden, das ist jetzt schon mal das, was ich hier unten eintragen muss. Ich weiß also jetzt schon mal, der gesuchte Winkel wird 9 Sekunden haben. Im nächsten Schritt rechne ich jetzt 3 mal 44 Minuten. 3 mal 44 sind 132 Minuten. Jetzt rechne ich 132 Minuten plus die eine gemerkte Minute und das ergibt dann 133 Minuten. Auch hier muss ich wieder überlegen, wie viele Grad stecken in 133 Minuten. Da ja 60 Minuten ein Grad sind, kann ich die 133 Minuten jetzt einmal in 120 Minuten zerlegen plus 13 Minuten. Ja, aber 120 Minuten, wenn 60 Minuten ein Grad sind, dann sind 120 Minuten natürlich 2 Grad. Also ist das das gleiche wie 2 Grad plus 13 Minuten. Die 2 Grad, die schreibe ich mir wieder bei den Gemerkten hin. 2 Grad, ja, und die 13 Minuten, das ist jetzt das, was hier unten hinkommt, in die Ergebnisseile. Jetzt im nächsten Schritt rechne ich wieder 3 mal 12 Grad. 3 mal 12 ist 36, also sind das 36 Grad. So, und hier muss ich jetzt nur noch 36 Grad plus die zwei gemerkten Grad rechnen. Die Summe ergibt dann 38 Grad. Ja, und das ist natürlich jetzt auch die Gradzahl für mein Endergebnis. Also schreibe ich die hier nochmal hin. Das heißt, mein Endergebnis lautet 38 Grad, 13 Minuten und 9 Sekunden. In Aufgabenteil B soll ich 23 Grad, 37 Minuten und 56 Sekunden mal 7 nehmen. Auch hier habe ich das nochmal hingeschrieben als Rechnung und mache mir wieder mein Tabellengerüst, wie wir es eben auch schon hatten. Im ersten Schritt werde ich jetzt entsprechend die 56 mal die 7 rechnen, also die 56 Sekunden mal 7. Und das ergibt dann 392 Sekunden. Hier schreibe ich jetzt wieder die Nebenrechnung hin. Ja, 392 Sekunden. Wie kann ich das in Sekunden zerlegen, dass ich dann erkennen kann, wie viele ganzen Minuten es sind und Restsekunden übrig bleiben. Solltest du da Probleme haben aufgrund des kleinen 1x1, dann könntest du natürlich jetzt auch 392 geteilt durch 60 in den Taschenrechner eingeben und dann mal gucken, was da rauskommt. Das habe ich jetzt hier mal gemacht. 392 geteilt durch 60 ergibt 6,53 Periode. So, und die Zahl, die vor dem Komma steht, das sind jetzt meine vollen Minuten. Also rechne ich jetzt 6 mal 60. Und 6 mal 60 sind 360 Sekunden. Und dann bleiben noch übrig 32 Sekunden. Und die 360 Sekunden sind ja, weil 60 Sekunden sind ja eine Minute, 6 Minuten plus die 32 Sekunden. Die 6 Minuten sind die gemerkten Minuten, die trage ich jetzt hier ein. Und die 32 Sekunden, die sind im Grunde genommen jetzt schon ein Teil meines Ergebnisses. Also schreibe ich sie hier unten rein. Im nächsten Schritt rechne ich jetzt 7 mal 37. Das ergibt 259. 259 muss ich jetzt erst nochmal plus die gemerkten 6 Minuten. Und 259 Minuten plus 6 Minuten ergibt 265 Minuten. So, jetzt muss ich mir wieder überlegen, wie kann ich die 265 Minuten in Minuten zerlegen, sodass ich erkennen kann, wie viel Grad das nachher sind, plus wie viel Restminuten. Das mache ich hier als Nebenrechnung wieder. 265 Minuten sind gleich. Und auch hier kann ich jetzt wieder den Taschenrechner nehmen und stelle dann fest, wenn ich 265 geteilt durch 60 rechne, dann kommt 4,416 Periode raus. Und die 4 vor dem Komma sind dann meine entsprechenden vollständigen Grad. Da ein Grad ja 60 Minuten hat, 4 mal 60 rechnen, also 240. Das heißt, 240 Minuten plus 25 Restminuten habe ich dann. Ja, aber für die 240 Minuten schreibe ich jetzt natürlich nochmal die Grad hin. Da 60 Minuten ein Grad sind, sind 240 Minuten dann natürlich 4 Grad. Plus meinen entsprechend 25 Restminuten. So, dann habe ich diese 25 Minuten hier stehen, die trage ich jetzt hier ein. Und die 4 Grad, das sind ja die Gemärkten, die trage ich hier ein. So, im nächsten Schritt muss ich jetzt nochmal 7 mal 23 rechnen. Und das ergibt 161 Grad. 161 Grad plus 4 Grad. Das ergibt 165 Grad. Ja, und das ist natürlich jetzt das Endergebnis sogleich, also schreibe ich hier 165 Grad hin. Mein Ergebnis lautet also 165 Grad, 25 Minuten und 32 Sekunden. Das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Ja, und wenn es dir wirklich gefallen hat, dann würde ich es mich freuen, wenn du das Video likest. Und solltest du noch nicht Abonnent meines Kanals sein, würde ich mich über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.